Willkommen auf dem Kanal für eBakery Kundenerfahrungen. Hier stellen wir euch zum einen unsere Leistungen vor, als auch erfolgreiche Projekte aus der Vergangenheit. Wenn ihr euch also ein genaueres Bild von uns machen wollt, dann seid ihr hier goldrichtig. Falls ihr eher nach fachlichem Input aus der Welt des Online-Handels und Marketing schaut, dann ist unser Hauptkanal in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten steht euch auch unsere Website www.eBakery.de zur Verfügung, um sich in textlicher Form näher zu Gemüte zu führen, wer wir sind, was wir anbieten und worin sich unsere Expertise begründet. Diese stellten wir auch im Online-Shop www.deinesportsfreunde.de unter Beweis. Jedoch ging es in diesem Fall nicht um eine Neuerstellung, Anbindung oder Optimierung, sondern um eine Fehlerbehebung. Und zwar eine möglichst schnelle Fehlerbehebung an einem Sonntag. Doch eins nach dem anderen. Wer ist dein Sportfreund überhaupt? Dabei handelt es sich um einen Sportbedarfs- und Sportbekleidungsshop. Das Ganze wird auch hier wieder über JTL-Wabi als ERP- und Warenwirtschaftssystem verwaltet. Das Problem war nur, dass es zu einem Stromausfall in der Unternehmenszentrale kam, was zur Folge hatte, dass auch der Webserver abrupt herunterfuhr. Beim erneuten Hochfahren gab es dann Probleme mit der Initialisierung der Shop-Wabi. Das hatte dann letztendlich zur Folge, dass die Auftragsabwicklung lahmgelegt wurde. Der Super-GAU eines jeden Online-Shop-Betreibers also. Und das auch noch auf einen Sonntag. Gott sei Dank ist die Bakery auch am Wochenende für seine Kunden da, wodurch eine Vollkatastrophe ausblieb. Denn hier bedeutet jede Stunde Ausfall ordentlich Umsatzverlust und zudem kommt noch der Prestigeschaden. Hier war also die Devise schnell zu handeln. Und das taten wir auch. Drei Stunden hat es nur gedauert, bis der Fehler dann behoben war. Doch wie ist das möglich? Durch eine gute Vernetzung mit wichtigen Dienstleistern sowie motivierten Mitarbeitern, die in einem derartigen Notfall auch am Wochenende ein paar Überstunden machen. Denn oftmals sind auftretende Probleme abteilungsübergreifend. Das heißt, selbst wenn der Freelancer am Wochenende reagieren würde, dann heißt es nicht, dass er alleine das Problem lösen kann. Ist das Problem beispielsweise im Shop und in der Wavi zu finden, kann das bedeuten, dass mindestens zwei Experten an diesem Problem arbeiten müssen. Hier kristallisieren sich die Vorteile einer Agentur raus. Einerseits deckt eine Agentur mehr Bereiche ab, ist aber meist auch besser vernetzt. So profitieren Kunden beispielsweise bei eBakery nicht nur von der 10-jährigen Erfahrung im Markt, sondern auch davon, dass man sich innerhalb dieser 10 Jahre ein Netzwerk aufgebaut hat, auf das man im Ernstfall schnell zurückgreifen kann. So äußert sich der Head of E-Commerce von dein-sportsfreund.de über die Zusammenarbeit mit eBakery wie folgt. Dank dem beherzten Eingreifen von eBakery und deren routiniertem Umgang mit der JTL-Wavi konnte man uns schnell und unbürokratisch weiterhelfen. Wenn auch du ein kurz- oder längerfristiges Problem hast und vom eBakery-Netzwerk profitieren willst, dann vereinbare jetzt einen Termin. Unsere Seite ist oben rechts und in der Videobeschreibung verlinkt. Für weitere Erfahrungsberichte abonniere den Kanal, um nichts zu verpassen. Bis dahin, euch alles Gute, wünscht euch, euer eBakery-Team. Bis dann, euch还是 Eingekönze! Bis dann, euch